Musik Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu Koopa Gaming. Hier ist Martin und wir spielen wieder Call of Duty Black Ops Multiplayer Hardcore Herrschaft auf GRID. Und zwar habe ich gleich jetzt zu Anfang eine der beiden Klassen genommen, die schon so eifrig gepostet wurden. Oh, was ist das jetzt? Spieleinstellungs-Download Okay, und zwar die HSC mit dem elektrischen Messer, Tomahawk, Novogaz, Kamerastativ, Hardliner, Speer und Taktikmaske. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe auch schon im ersten Video gesagt, dass ich mich erst in die Steuerung gewöhnen muss. Und bei solchen Klassen gleich wieder reinzukommen, das ist ja auch etwas heavy. Aber mal gucken, wie gesagt, hier ist es mir jetzt überhaupt bewusst, wenn ich abschneide. Allein schon mit so einer Klasse. Na gut. Wir haben Raben verloren. Oh Mann. Fast. Jetzt ist auch die Battlefield 3 weiter raus. Ob ich auch schon gezockt habe. Auch schon etwas hochgeladen habe. B wird gesichert. Oh yeah, der erste Kill haben wir schon. Oh, und ja, ich muss sagen, wir sind bei innen. Uhaha. Na, who is the best? Who is the best? So. Hier sind gesichert. Wo haben wir hier noch welche? Was kamen wir denn da? Oh, das ist mein eigener. Na? Oh, da hinten ist er. Nein. Den reiche ich auch nicht mit der Schrot. Hm, was haben wir denn? 2 zu 1. Yes. Oh nein, oh nein. Da kämpft er hinter der Kiste. Ach, gut. So. Nein. Komm, 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 komm. Oh. Ich feile. Ich hasse solche Klassen. Ich habe völlig nie. Oh Gott. Na ja. Da muss man durch. Was blöde ist, ich habe als sekundär Dingens drin. Ballistisches Messer und im Hardcore gibt es da kein Fadenkreuz. Ich scheiß die Wand an. Aber wir können ja mal trotzdem versuchen, so aus Spaß auch damit mal einen Kill zu machen. Huh. Boah, das wäre jetzt zu schön gewesen. Aha. Hey. Oh, man war jetzt sicher laut im Mikro. Aber ich freue mich einfach, wenn ich das auch mal schaffe. Oh, da hinten ist einer. Sitzt der da? Nee, der saß da nicht mehr. Charlie wird gesichert. Hm. Ich laufe mal hier hinten rum. Na, nee, da ist der eine. Geh mal vor und räum. Ja. Räum mal die anderen weg. Oh, was habe ich denn? Tomahawk habe ich. Hey, nehme mir meine Frigot, Kartoffelbrei, Hex, Hex. Und? Wah. Wäre jetzt auch geil gewesen, wenn er jetzt getroffen hätte. So einen lahmarschigen Spruch von diesen Kinderserien. Das war er für euch. Verbündete Vorräte sind unterwegs. Nicht getroffen. Ach, nee. Nicht klar zu abkacken. Drei zu acht. Ja, leck mich. Dit wird ja was, ja. Ich sag's euch, wenn ihr weiter in so scheiß Klassen postet. Komm, 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 komm. Nein. Weil die Reichweite ist ja auch mal beschissen. Kannst ja mal ganz knicken hier. Ich frage mich wirklich auf die Sniper-Klasse. Wenn wir da, denke ich mal, halbwegs positiv sein werden. Okay. Aber ich kann gar nicht rausgehen. Ich halte da draußen nicht wirklich. Charlie wird gesichert. Das war eine Minute aus. Ich kann nur probieren auf die Distanzschüsse. Und nicht so schätzungsweise. Alle Positionen gesichert. Positionen halten. Wir verlieren Sie. Jau. Oh, Mann. Hey, Headshot. Geht doch. Wir müssen irgendwie nur in der Mitte des Bildschirms. Können wir noch einen Punkt hinmachen vielleicht? Denken wir das auf. Ah, war das ja wieder zu viel. Oh, wann? Verbündete Vorrede unterwegs. Und der setzt da eine Klamour hin. Was habe ich eigentlich als... Uh, Kamerastativ. Wir verlieren Sie. Bam. Nix. Naja. Das klappt auch nur, wenn man nicht aufnimmt. Also so live aufnimmt. Dann klappt das nicht, wenn man das jetzt zeigen will. Jemandem. Ich treffe. Ich treffe. Ja. Muss es halt die Gewalt sein. Na. Komm, den können wir doch auch so bringen. Oh nein, jetzt kommt der von der Seite an. Das kann ich auch knicken auf die Entfernung. 5 zu 13. Oh je, so schlecht war ich ja nicht. Bam. Achtung. Was lasst du nicht, wenn ich mit dem... Oh, ich glaube, ich bin so geil. Wenn ich wirklich mit diesem Tom oder Cross the Map einmal treffen sollte, hey, dann springe ich vor Juhl aus dem Häuschen. Oh man, das habe ich auch noch nie geschafft. Ach, jetzt kannst du mal knicken. Kannst du nur auf Nahkampf oder willst du die Map beschränzen? Auf Nuketown wäre das vielleicht noch was. Ja, wo der saß, weiß auch der Geier. Doch, ich gehe jetzt nur noch so durch die Häuser. Hallo? Jemand zu Hause? Alle Positionen gesichert. Positionen halten. Mir wird schwer mit meiner... Scheiß, klasse. Oh, müssen wir jetzt... Ah, das hat... Das war ein Team, ey. Das ist ja schön. Yeah. Lade mal nach. Hi. Hi. Hey, Nachbomangriff. Ah, ich habe einen Hardliner drin, genau. Wir verlieren Sie. Na ja. Das geht voran. Das ist gerade ein Moppet vorbeigefahren. Das habt ihr vielleicht gut gehört. Oh, jetzt lag. Nein, das war ein Teamkipp. Och, ficken. Oh, ich habe hier... Na gut. Vielleicht hätte ich den noch so gut gekriegt. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Na. Ich möchte auch beide Waffen mal benutzen. Wo ist denn der? Das war ein Team. Team, was macht ihr? Ihr habt doch alle nicht mal eine Tasse im Schrank, scheiß Franzosen. Wir sind auf französischem Server. Und die... Ja. Die sehen wahrscheinlich ein Teamkiller als Feindkiller. Naja. Ach, mein Gott. Ich glaube, ich kratze das erst. Verbündete Vorräte unterwegs. Verbündete Vorräte unterwegs. Wo bist du hin? Habe ich genau gesehen. Was ist los denn der hin? Wo war ich ein Gegner? Oder? Bin ich jetzt? Aber nicht. Ah. Oh, der hat was macht... Der hat nicht mehr so etwas dahin geh. Es geht schon wieder so los wie im ersten Part. Ja. Ja, der schreibt wenigstens vor mir. So. Na. Wir haben hier noch einen Nadel... Boah, boah. Wie viel steht denn? 152. Okay. Boah, ich hab einen Fall. Der hat nicht mehr. Ja. Feindliches Gefühl unterwegs. Teamkill. Okay. Das ist mein... Führungsverstellung. Nein. 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 Das gibt's nicht. Ne. Sag mal. Alpha wird gesichert. So. Ups. Soll mir jetzt wurscht sein. Ist mir doch wurscht. So. Kenn mich mal. So. Sekunde schnell. Ich muss kurz was gucken. Ne. Okay. Ähm. 163. Ja. Gewinnen wir das jetzt? Hm. 11 zu 20. Bam. Das kann man doch mal bringen, oder? Kommt doch der Freundin zeigen. Ups. So. Ups. Oh. Nein, 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 nein. Oh, das ist einer. Ne, der ran weg. Hm. Oh, nee, Leute. Verbündete Fernlenkladen eingesetzt. Das ist eine Scheißklasse. Verbündete Fernlenkladen eingesetzt. Ach ja. Ähm. Wenn ihr wieder klatschtet, ihr könnt's gerne wieder machen. Und. Ähm. Aber. Nehmt nicht dieselbe Waffe. Andere Waffen nehmen. Nicht die schon vorkamen. Also die jetzt hier nicht. Und auch nicht die WA-2000. Das wär super. Aber dann hab ich ja noch eine Abwechslung. Wirp. Wehe. Und ich hab auch eine Abwechslung. Das ist ja der Phänomen. Na. Ach ey. Leute. Leute. Kommt doch mal mit der Realität. Klar. Ihr könnt nicht spielen. Okay. Ich auch nicht. War mit so einer Klasse. Na. Dann noch hier fucking doppelhändig. Kannst ja mal richtig knicken. Na. Nein. So. Ungefähr. Ne. War nicht. Ah. Fast. Ja. Ah. Wird gesichert. Haben wir gesehen. Wie es gesichert wird. Oh. Bam. Schuss geschafft. Da. Zwei auf ein. Ja. Tschink. Oh. Ha. Ach. Wie lange denn noch? Ja. Nein. Wir verlieren. Nimmt was ein. Wir haben hier. Wir haben hier gesichert. Verbündete Fernlenkladen eingesetzt. Oh. Ich hatte den Krieg. Feindlicher Naheimangriff unterwegs. Wuuu. Bam noch ein. Zehn Abschüsse mit der Waffe. HF. Zehn Abschüsse mit der Waffe. Die anderen haben wir ja. Einer ist ja beim. Beim Naheimangriff. Auf zu gehen. Na. Der andere mit dem Ballistik. Alpha wird gesichert. Okay. Gut Freunde. Das war eine scheiß Klasse. Wenn ich das mal so bezeichnen darf. Naja. Hier sehen wir noch den letzten Kill. Wunderttoll. Ja. Schön. Und meine Stats. 12 zu 27. So. Mal gucken ob wir mit dem anderen besser sind. Ich sag tschüss. Und bis das nächste Mal. Tschüss.